Gut, dann geht es los mit Rückenfit und Stretch. Wir fangen unten auf der Matte an, meine Lieben, auf der Matte. Easy, cheesy. Legt euch bitte auf den Rücken, Fersen heranziehen. Musik und wir schaukeln rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, ganz locker, easy, cheesy, genau. So. So. Okay. Es geht los in 10 Sekunden. Du liegst am Rücken und einfach die Knie rechts und links schocken. Schön locker zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Los geht's. Schön locker, das ist quasi warm up. Genau. Das Kreuz schön auslockern. Versuch mit den Oberschenchen bis zum Boden runter zu kommen. Schöne Rotation in der Wirbelsäule. Nach rechts und links, nach rechts und links. Ganz locker, locker, locker. Das ist quasi unser Hammer. Noch 5 Sekunden. Super, sehr schön. Leute, die Fersen sind ein bisschen mehr auseinander, ein bisschen breiter und wir machen schöne Beckenlifts. Der kommt so hoch, du kannst mit den Beckenlifts. Und dann ablegen wir es noch. Ja. Ganz hoch kommen, wieder ablegen. Ja. Es ist inzwischen nur ganz eine kurze Pause. Jetzt geht los in 5 Sekunden. Los geht's. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Hier. Gib das so hoch, du kannst. Schön locker, 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 locker. Das ist alles noch zum Aufwärmen. Warm up. Versuch in die Hüftstreckung zu gehen. Schön locker, schön locker, locker. Versuch in die Hüftstreckung zu gehen. Schön locker, schön locker, locker. Super. Dreht sich bitte um. Vierfüßler Stand. Stütz dich ab mit den Händen. Auf die Knie. Und wir machen einen schönen Katzenbuckern und ein schönes Vorkreuz. Und schau, dass dein Kopf bitte auch immer tief geht. Und dass es wieder rauf geht beim Vorkreuz. Tief und hoch. Katzenbuck beim Vorkreuz. Los geht's. Katzenbuck beim Vorkreuz. Groove du Taskler. Groove du Taskler. Riech. Hey! Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, 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 hey! Schaue, rune, schaue, ruete. Machs mal hier oben ist mir. Hey. Ehe. Schaue auf, schaue. Dann guck auf, guck auf, guck auf. Wir bleiben gleich in dieser Position und du gehst jetzt in einer Hand, ganz egal welcher, später welcher, unten durch so tief du kannst und dann drehst du dich auf zur Decke. Und los geht's, unten durch so tief du kannst und dann aufdrehen zur Decke. Schöne Rotation in der Wirbelsäule, Drehung, Drehung, Drehung. Große Bewegungen, schau, dass die Schulter immer den Boden fast berührt und dann schön hoch. Schön tief, schön hoch, genau. Sehr waff. Ja, sehr schön. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Super, sehr schön. Wechseln, andere Seite. Wir können sie ein bisschen auslockern, dazwischen. Locker, 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 locker. Geht ab. Change, andere Seite. Gleich geht's los. Wieder Maximum tief, Maximum hoch. Und los geht's. Maximum tief, Maximum hoch. Dreh dich in der Börse. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, ja, jaw jetzt mal Maximum hoch. Dreh dich, schön hoch, nr. Du bist ja brav. Sehr gut. Und los geht's. Du bist ja brav. Und los geht's. Du bist ja brav. Und los geht's. Sehr schön, super. Leute, jetzt bitte diagonal abgestößt, rechter Arm, linkes Bein, du rollst dich zusammen und du streckst dich durch. Du rollst dich zusammen, du streckst dich durch, ja, wieder im Vierfüßler Start. Maximum Stretch, Maximum Zusammenrollen, genau, ganz egal welche Seite, eine Runde die eine Seite und dann die andere Seite, genau, wer kann, berührt bitte das Knie mit den Ellenbogen, der Kopf geht tief, der Kopf geht hoch, der Kopf geht tief, der Kopf geht hoch, schön hoch, schön tief. Maximum, 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 genau. Sehr brav, sehr brav, jetzt ein paar Sekunden. Gut, und wir wechseln die Seite, wir können kurz Pause, kurz Ausloch, wir können jetzt auch noch ein Stück Wasser trinken. So, Achtung, Vorbereitung, andere Seite, auf die Plätze, fertig, los. Zusammen, roi und schön hoch, zusammen, roi und schön hoch. Ja, super brav. Sehr schön. Super, sehr brav, sehr schön. Leute, wir kommen jetzt in den Seitstütz, ja, ein Knie ist abgestützt hier, Becken in der Luft, ja, und jetzt bitte seitlich das Knie und Ellenbogen zusammenführen, ja, seitlich. Volle Spannung, gerade seitliche Bauchmuskeln, die stabilisieren die Irrsäule. Los geht's. Ellbogen stütz, Knie stütz, und jetzt zusammen, genau. Genau. Strecke zusammen, roi, strecke zusammen, roi, strecke zusammen, roi, genau. Ja, sehr brav. Super. Wechsel, andere Seite. Wechsel, andere Seite. Wir haben jetzt immer eine kurze Pause dazwischen gehabt, weil die immer so anstrengend sind, Leute. Voll anstrengend. Super. So, noch fünf Sekunden. Vorbereitung, acht und letzte, fertig, los. Ja, genau. Popo ist in der Luft, Popo ist in der Luft. Genau. Sehr schön. Super. Ja, super, brav, super, brav. Ja, sehr schön. Super. So. Wie viele wir uns sind, bitte? Das ist die letzte Übung in dieser Serie. Und jetzt gehst du, ohne dich nach hinten hinzusetzen, Arme zum Kopf. Runter mit der Nase, mit der Stirn, der kann bis zum Boden. Und wieder hoch. Schön runter gehen mit der Nase, mit der Stirn, aber nicht ganz hinzusetzen. Und wieder hoch. Ja? In beide Richtungen. Schön tief, schön hoch. Maximum tief, Maximum hoch. Ohne sich komplett hinten drauf zu setzen. Genau. Schön tief, schön hoch. Und streng dich durch. Lehn dich nach hinten, wenn du rauf kommst. Und das neue ist ja ohne Satmalo. Ja, genau. Bisschen nach hinten lehnen. Sehr brav. Oh, schau, die Lisa kommt schon mit der Stirn bis zum Boden. So, super Beweg. Ja. Sehr brav. Sehr schön. Super. Sehr gut. Kurze Pause. Wir brauchen jetzt Kurzhandlung. Kurzhandlung, Kurzhandlung, Kurzhandlung. Ja? So. Jetzt bitte. Ja? Erste Übung im Stehen. Wir sind in der Vorbeuge. Ja? Wir ergeben rechter Arm hoch, linker Arm hoch. Ja? Schön im Stehen. Ja? Genau. Aber jetzt noch ein bisschen Pause. Jetzt noch ein bisschen auslockern dazwischen. Ein bisschen Wasser den Unterstands. Ja. So. Klammer noch. Geht schon los. Okay. In der Vorbeuge. Los geht's. Rechter Arm, linker Arm. Rechter Arm, linker Arm. Super. Rücken ist schön gerade. Popo hinten raus strecken. Sehr brav. Ja, genau. Das Tempo ist ein mittleres Tempo. Es muss nicht extra langsam sein, aber es muss auch nicht zu schnell sein. Mittleres Tempo. Super. Ja, sehr schön. Gut. Leute, die Handeln hier seitlich halten. Ja? Und wir biegen uns jetzt zur Seite in die eine Seite und dann in die andere Seite. Immer schön die Wirbelsäule biegen. Seite, Seite, Seite. Wieder zurück. Seite, Seite. Die Handeln hier halten einfach. Los geht's. Höhen zur Seite. Wiegen, wiegen, wiegen. Und dann zur anderen Seite. Genau. Die Beine können ruhig gestreckt bleiben. Genau. Guter Stretch. Side Stretch. Das. Füße. Irgendwas. Wenn es knackst, leute nicht das Schrecken. Das ist gut. Genau. Das löst die Verspannung. Genau. Schön zu sein. Guter Stretch. Guter Stretch. Guter Stretch. Guter Stretch. Super. Sehr schön. Wir kommen wieder in die Vorbeuge und jetzt mit beiden Armen schön breit und zusammen. Maximum breit und zusammen. Ja? Schön breit. Maximum. Schöner Knick in der Vorbeuge. Und los geht's. Maximum breit und zusammen. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Bleib in der Vorbeuge. Und dann mit den Blatt wiederkommen. Sehr brav. Schön breit, schön breit. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden, 5 Sekunden, super, sehr schön, ja, die Hand entweder zur Brust halten oder sogar in den Nacken geben, ja, Beine ganz gestreckt, ich muss es noch, wir gehen nach vorne, schöne Good Mornings, so tief du kannst und dann wieder schön hoch, ja, also zur Brust oder hier, kaputt, Stuch Ili Tu, genau, Beine gestreckt, Beine fast geschlossen, Adelisa hat jetzt eine schwärme Hand genommen und hat eine Hand in den Nacken, dadurch hat sie mehr Zug, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, ja, genau, schön tief, schön hoch, die Knie bleiben gestreckt, ist, muss ich holen, schön tief, mit der Nase so tief du kannst, konzentrier dich auf den unteren Rücken, konzentrier dich auf den unteren Rücken, konzentrier dich auf den unteren Rücken, mit der Hand um, schwimmen, 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 mit der Hand um, mit der Hand um, mit der Hand um, in der Vorfolge, Beine ein bisschen breiter, Knie gebeugt, Popo rausstrecken, schwimmen, schwimmen, gehen, genau, schöne Schwimmbewegung, schöne Schwimmbewegung, schöne Schwimmbewegung, ja, super brav, super brav, schön groß, schön groß, schön groß, schön groß, noch 10 Sekunden, 5 Sekunden, super, sehr schön, wir brauchen jetzt eine Handlung, ja, vor allem für die Golfer ist diese Übung ganz wichtig, wir kommen in die Vorbeuge und da wo die Handlung ist, jetzt eine Hand, ja, mit der drehst du auf so weit du kannst und wieder zurück, drehst auf so weit du kannst und wieder zurück, maximale Aufdrehung, maximal, schön in der Vorbeuge, aufdrehen und wieder zurück, genau, aufdrehen und wieder zurück, genau, ja, schöne Rotation, vor allem für die Golfer ganz wichtig, dieser Aufschwuck, genau, schön aufdrehen, aufdrehen, sehr brav, noch 10 Sekunden, noch 5 Sekunden, super, Hand wechseln, andere Seite, change, andere Seite, genau, es ist immer wichtig bei den Fitness Golf Übungen, dass man auch beide Seiten trainiert, das ist ganz wichtig, ganz wichtig, genau, so, Achtung, Vorbereitung und jetzt mit der anderen Hand, aufdrehen und wieder zurück, aufdrehen und wieder zurück, ja, genau, wirbelsäule ist gerade, schöner, schöne Bewegung nach oben, genau, super, sehr, 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 sehr genau, sehr, sehr viel, Schöne, du achal Gaz, du achal Gaz, du achal Gaz, Super, sehr gut, ja, Leute, wieder mit dem Handel, ja, kreuzheben, aber mit Push nach oben, du gehst tief, du gehst hoch, du gehst tief, du gehst hoch, ja, die Übung heißt noch Ground to Overhead, Ground berühren, wer kann, Overhead, los geht's, mit zwei Handeln, mit zwei Handeln, Ground to Overhead, Ground, Ground to Overhead, super, schön tief, schön hoch, schön tief, schön hoch, genau, Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, noch zehn Sekunden, Super, brav, sehr schön, wir brauchen wieder eine Handlung, nur eine Handlung, nach oben halten die Handlung, beide Beine gestreckt, und mit der anderen Hand gehst du seitlich runter, so tief du kannst, und wieder hoch, seitlich runter, wer kann Zehenspitzen berühren, und wieder hoch, ja, Die Handlung bleibt immer hoch, los geht's, Genau, Beweglichkeit in der Bibelsäule, und Kraft, vor allem die Kraft, und plötzlich forward noch statt, und wieder hoch, ich brin da sang, oh, auch meditate Sie mal hoch, ich verschte, bitte nehm ich ganz schnell, Está gut, ich tue langsam, wir können, bis 20 Sekunden, sieht gut wie tief und ich verschte schon hoch, Fucking wie tief, ich verschte, genau, noch zehn Sekunden, 5 Sekunden, sehr schön, Hand wechseln, und dann ist der zweite Übungsblock auch schon fertig. Jetzt fragen sich alle, wie viele Übungsblöcke gibt es. 20 Übungsblöcke, nein, 4, nur 4, gleich haben wir Halbzeit. Los geht's, andere Seite. Schön tief, schön tief. Super. Nachbar. Ja, ist ja schön, ist ja schön. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Super, brav, sehr schön. So, wir brauchen jetzt für den dritten Übungsblock noch immer die Hantel, aber wir gehen runter auf die Matte. Erste Übung, Leute. Unten, unten. Beide Hanteln, Liegestützposition. Du drückst beide Hanteln rüber nach rechts, beide Hanteln rüber nach links. Beide Hanteln rüber nach rechts, beide Hanteln rüber nach links. Immer nur schieben, schieben, schieben. Dabei spannst du die Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln an. Ja, das ist noch Pause. Noch ist Pause. Ach, keine Pause mehr. Los geht's. Schieben. Rüber nach rechts, rüber nach links. Genau. Innerliche Stützposition. Super. Bauch anspannen, Rücken anspannen. Genau. Sehr schön. Fünf Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Super. Sehr schön. Leute, wir gehen runter in den Vierfüßner Stand, Vierfüßner Stand. Und jetzt nur mit einem Arm. Schön zur Seite und wieder zurück. Schön zur Seite und wieder zurück. Kopf ist neutral, Rücken ist gerade. Immer schön zur Seite. Schulterblatt aktivieren, Laddissimus aktivieren. Schön zur Seite. Los geht's. Gena. Ja, genau. Schön zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Ja, genau. Super. 5 Sekunden, super, auslockern, 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 jetzt kommt die andere Seite. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Schön zur Seite, zur Seite, zur Seite. Sehr hart. Und nicht überdrehen nach oben, sondern zur Seite. Genau, immer nur zur Seite. Wenn du zu hoch kommst, dann ist das Gewicht eindeutig zu leicht, dann nimmt mit dir eine schwerere Hand. Wenn alle 1, 2 Kilo zu leicht sind, dann nehme ich bitte 3 oder 4 oder 5 Kilo. Drei Sekunden noch. Super, sehr schön. Jetzt machen wir eine kleine Steigerung. Die selbe Übung machen wir mal, aber jetzt ist ein Ball in der Luft. Ball aus, halten. Diagonal in der Luft, Ball aus, halten. Ball aus, halten. Rechte Hand, linkes Bein oder linke Hand, rechtes Bein. Los geht's. Ball aus, halten. Und schön zur Seite. Balance, balance, balance. Ja, genau. Super, brav. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau, Maximum, Maximum, schön zur Seite, schön zur Seite. Noch 8 Sekunden. Super, und wechseln, andere Seite. Change. Ihr könnt auch die Hand vielleicht nur ein bisschen auslockern. Ja, wenn das Stützen zu anstrengend ist, nur ein bisschen auslockern. Und dann auslockern. So, Achtung, los geht's. Das andere Bein hoch und mit der anderen Hand. Ja, genau. Schön. Super. Ball aus, halten, ball aus, halten. Diese Übung sollte jeder schaffen, weil die nächste Übung ist dann noch ein bisschen schwerer. Ja, super, brav. Sehr schön. So. Damit das Handgelenk eine kurze Pause hat, wir haben es im Steht gemacht und jetzt machen wir es noch im Kniert. Ja. Die Hand nach oben, die Hand hier. Ja. Und du gehst seitlich runter und berührst mit dem Entbogen den Boden. Ja. Zerlachtung, dort in der Selle. Schön runter gehen und wieder hoch. Ja. Schön runter und wieder hoch. Ja. Und du kommst festhalten, seitlich runter. Seitliche Beugung der Wirbelsäule. Und ihr seht, du da Lisa, nach oben strecken die zweite Hand. Geh in. Und komm runter, so tief du kannst. Und jetzt. Und komm runter, so schnell. Er kann bis zum Boden. Bis zum Boden mit der Ecke. Genau. Sehr schön. Noch fünf Sekunden. Super. Pause. Wechsel. Andere Seite. La 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 la. Genau. Jetzt schaut mal auf die andere Seite, die genauso toll ist. Oder da genauso tief runter kommt. Aber ich glaube ja auch. Easy. Easy. So. Achtung. Vorbereitung. Und los geht's. Genau. Super. Ja genau. Schau wie schön der runter kommt. Bravo. Schön tief, schön tief. Diese Beweglichkeit ist so wichtig. Genau. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Noch 15 Sekunden. Maximum. Maximum runter. Maximum. Super. Sehr schön. So. Leute. Ich habe euch versprochen, es wird noch schwerer. Wieder diese Vierfüßler-Schrank. Ein Bein in der Luft. Aber jetzt hier die Zehenspitzen in der Luft. Balance bitte halten. Und wieder Side. Side. Balance halten. Es ist nicht so einfach. Du brauchst eine perfekte Körperspannung. Und wieder. Und wieder. Alles anspannen. Alles anspannen. Zehenspitzen in der Luft. Genau. Von knierendem Bein, Zehenspitzen in der Luft. Ohne wackeln. Ohne wackeln. Ohne wackeln. Ja genau. Ohne wackeln, ohne wackeln, ohne wackeln. Das nächste Mal bitte kein Alkohol vor der Stunde. Super, Change, Wechsel, andere Seite. So, auf die Plätze, Vorbereitung, fertig, gleich geht's los, los, genau. Und wieder hier, Leute. Vom knierten Bein, Zehenspitze in die Luft, vom knierten Bein, Zehenspitze in die Luft. Genau. Ball aus, Ball aus, Ball aus. Balanze, Ball aus. Genau. Sehr schön. Sehr brav. Das ist schon die neunte Übung, Leute, von unserem Übungsblock. Gleich kommt die letzte Übung mit der Hand. Sehr brav. Sehr schön. So. Allerletzte Übung. Beide Handlungen wieder. Beide Handlungen. Wir kommen mit dem Oberkörper in die Vorbeuge, bitte nicht umfallen. Set. 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 Umso weiter du nach vorne kommen kannst, umso besser für dich. Ball aus, Körperspannung, alles anspannen. Set. 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 Ja, genau. Oberkörper in der Vorbeuge. Genau. Wenn du kannst, spust die Nose nicht mehr. Ja, genau. Super. Katharina, super. Genau. Ja, schön breit, schön breit, schön breit, schön breit, schön breit. Maximum breit. Auseinanderziehen. Auseinanderziehen. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Durchhalten, 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 durchhalten. Super. Pause, 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 Pause. Sehr schön. So. Genau. Die Handlungen kannst du hier weg tun. Ja. Jetzt kommen noch ein paar Übungen unten auf der Matte. Ja. Einerseits für die seitlichen Bauchmuskeln, für den Rücken und so weiter. Wir fangen gleich an mit den seitlichen Bauchmuskeln. Endbogenstütz und die Beine schön hoch rauf. Ja. Zweimal. Und dann mit dem Becken. Zweimal. Ja. Beine. Zweimal. Und dann mit dem Becken. Zweimal. Ja. Easy, cheesy. Seitliche Bauchmuskeln. Zwei plus zwei. Auf die Plätze. Los geht's. Zweimal die Beine. Zweimal das Becken. Zweimal die Beine. Zweimal das Becken. Genau. Super. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Noch acht Sekunden. Super. Wechsel. Change. Andere Seite. Super. Andere Seite. Beine. Andere Seite. Achtung. Vorbereitung. Auf die Plätze. Fertig. Gleich geht's los. Zwei plus zwei. Zwei plus zwei. Super Noch 10 Sekunden, schön durchhalten, schön durchhalten, schön durchhalten, sehr schön, super. Leute, bei der nächsten Übung legen wir uns auf den Bauch, die Arme strecken und immer anziehen und immer mit dem Ellbogen, wenn du nach hinten ziehst, gehst du hoch. Strecke, hoch, in der Bauchlage, genau, in der Bauchlage. Ich wollte es vorzeichen, aber jetzt kannst du nicht schießen. Genau, die Lisa zeigt sich schon vor, immer beim Anziehen hoch den Oberkörper. Hoch den Oberkörper, genau, hoch den Oberkörper. Bei dieser Übung, Leute, ist das ganz wichtig, vor allem, dass du hier hinten die Schulterblätter schön zusammen anspannst und der untere Rücken alles fest zusammen anspannst. Fest zusammen, fest zusammen. Ganz durchstrecken, ganz durchstrecken, ganz durchstrecken. und dann machst du echt eine Pause mit den Händen. Wirklich? Super, sehr schön. Leute, Ellbogenstütz und wir machen den Hip-Twister. Hip-Twister, schön zur Seite, rechts, links. Hip-Twister, Side, Side, Side. Das ist für Bauch und für Rücken. Easy, cheesy. Easy, cheesy. Hip-Twister. Super. Genau. Dreh, 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 dreh. Hip-Twister. Genau. Hip-Twister. Genau. Wer kann, berührt fast mit dem Pumpe den Boden. maximale Rotation. Super. Wie zum Schluss durchhalten. Hallo. Nicht früher aufhören. Hallo. So, wir legen uns am Rücken, wenn ihr lieber. Abgestützt bitte mit einem Bein, das andere Bein in der Luft und wir heben das Gesäß hoch, schöne Schulterbrücke und Rücken auch anspannen, Arme hoch und tief, 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 hoch und tief. Hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief, jetzt bist du aber ungleiche Wörter, wenn du so einen Arm machst. Volle Spannung Leute, volle Spannung, so gut du tanzt. Ja, das brennt schön, super jung. Gut, auslockern, wechseln. Nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich nicht auf uns zeigen. Little Skates. Paul und tief. Paul und tief. Ja, sehr schön, sehr schön. Maximo, Maximo. So hoch es geht. Super, sehr schön. Leute, Liegestützposition. Du hängst mir bitte mit Absicht immer durch im Kreuz, streckst dich nach hinten durch. Durch im Kreuz, streckst dich nach hinten durch. Durch im Kreuz, streckst dich nach hinten durch. Herabschauender Hund, hinaufschauender Hund. Doppelhund, genau, der Doppelhund. Ja, gut. Ganz weit nach hinten, ganz weit nach vorne. Mit Absicht schön durchhängen im Kreuz. Und dann durchstrecken. Genau. Super. Herabschauender Hund. Und hinaufschauender Hund. Super. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Super. Sehr schön. Wir legen uns bitte die Bauchlage auf den Bauch drauflegen. Arme zur Seite. Und wir machen so eine Kreisbewegung. Und jedes Mal den Brustkorb hoch. 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 Ja. Schön den unteren Rücken anspannen. Schön den unteren Rücken anspannen. Schön den unteren Rücken anspannen. Bauchlage. Arme zur Seite. Reise. Hoch. 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 Ja, genau. Hoch. Oberkörper heben. Leute, bis zum Popo. Rücken und Popo anspannen. Alles anspannen. Super. Super. Ja, sehr brav, sehr brav, sehr brav. Schön hoch, schön tief. Schön hoch, schön tief. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Sehr brav. Gleich geschafft, gleich geschafft. Super, sehr schön. So, einmal bitte noch in die Liegestützposition. Und dieselbe Übung wie vorhin mit diesem tief und hoch, aber Zehenspitze berühren. Einmal rechts, einmal links. Tief. Einmal rechts Berührung. Tief. Einmal links Berührung. Ja. Spannung im Bauch, Dehnung im Rücken. Alles zusammen. Desta Ruka, Leber Ruka. Rechte Hand zur linken Zehenspitze. Linke Hand zur rechten Zehenspitze. Genau. Und immer durchhängen, mit Absicht durchhängen im Kreuz. Super. Durchhalten, 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 durchhalten. Popo tief, Popo hoch. Popo tief, Popo hoch. Ja, genau. Sehr schön. So, Leute. Letzte Übung für heute. Ellbogenstütz. Und nur mit den Schulterblättern arbeiten. Ja. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Nur Schulterblättern. Zu, auf. Zu, auf. Zu, auf. Zerlopper Dezimular. Schulterblätter. Alles. Streck die Beine. Knie in der Luft. Du gehst hoch und tief. Hoch und tief. Ja. Und ihr seht's hier, Bilarisa, sie sinkt mit der Wirbelsäule ein. Sie drückt sie raus. Sie sinkt ein. Sie drückt sie raus. Sie sinkt hier ein. Sie drückt sie raus. Genau. Schöne Beweglichkeit mit den Schulterblättern. Super. Brav. Durchhalte und durchhalte. Durchhalte und durchhalte. Schön tief, schön hoch. Schön tief, schön hoch. Schön tief, schön hoch. Letzte paar Sekunden. Sehr brav. Super. Sehr gut. Okay. Warte, 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 warte. Wir machen jetzt noch 5 Minuten Stretching hinterher. Ja. So ein bisschen Stretching noch. 5 Minuten. 5 Minuten. Ja. 5 Minuten. 5 Minuten. Genau. Schöne Musik dazu. So, 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 so. Okay. Legt sich bitte auf den Rücken. Knie zur Brust. Bisschen schaukeln. Locker, 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 locker. Schön hoch. Vier. Drei. Zwei. Ah. Sehr schön. Wir gehen auf eine Seite rüber. Und mit dem Warm Up. Fersen am Boden. Arme zur Seite. Und rechts, links die Knie. Genau. Aber diesmal ist es quasi ein Cooldown. Auslockern das Kreuz. Auslockern. Das haben wir heute gut drauf trainiert. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Wir gehen auf eine Seite rüber. Ja. Und mit der oberen Hand schließen wir den Rücken. Schliessen wir. Wir öffnen. Und wir schließen. Und wir öffnen. Wir schließen, wir öffnen, noch vier, noch drei, noch zwei, letztes Mal und wir bleiben offen, bleib offen, bleib offen, bleib offen, genau. Die Knie so zusammen wie möglich, wenn du zu wenig Druck hast, du kannst auch das untere Bein drauflegen, runterdrücken das Knie und die Arme schön gestreckt. Vier, drei, zwei, eins, super. Leute, wir bleiben uns an die andere Seite, rüber zur anderen Seite und auch hier. Öffnen und schliessen. Öffnen und schliessen. Genau. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Und wieder offen bleiben. Offen bleiben, offen bleiben. Schöne Streckung. Wenn das obere Knie wieder hoch kommt, dann mit dem unteren Bein runterdrücken. Gehen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Eins. Sehr schön. Zurück auf den Rücken. Einmal noch die Arme breit und die Knie rechts, links. Schön. Auslockern, 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 auslockern. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir kommen auf die Seite, meine Lieben. Über die Seite, unten in die Bauchlage. Und wir kommen jetzt in die Sphinx. Stütz dich mit dem Ellenbogen ab. Komm bitte mit dem Kopf hoch. Und wir schaukeln ein bisschen in den Kreuz. Versuch schön den unteren Rücken zu entspannen. Unteren Rücken entspannen. Locker, locker, locker. Versuch. Vier, drei, zwei, eins. Schieß dich ab. Komm nach hinten. Streck dich durch. Brüste öffnen. Vier, zwei, zwei, eins. Sehr schön. Komm wieder nach vorne. Und jetzt schützt dich mit den Handflächen ab. Es muss nicht genau unter den Schultern sein. Du darfst noch weiter vorne. Brust, Cobra. Und wieder wackeln, 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 wackeln. Auslockern, auslockern, auslockern. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Stütz dich ab. Komm nach hinten. Streck dich durch. Wackeln, 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 wackeln. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir kommen mit Herabschäumen. Und Schühe strecken. Walk the dot. Rechts, links. Rechts, links. Jagen. Vier, drei, zwei, eins. Komm mit den Füßen zu den Händen. Greif deine Ellbogen. Und wir schaukeln ein bisschen rechts, links. Schaukeln, schaukeln, schaukeln. Vier, drei, zwei, eins. Aufrollen. Schulter kreisen. Sehr schön. Die Hüfte kreisen. Schön auslockern das Kreuz. Richtung wechseln. Vier, drei, zwei, eins. Wir atmen ein. Aus. Wir schließen die Beine. Wir strecken uns durch. Und aus. Leute, sehr brav. Super gemacht. Bravo. Sehr schön. 2 3 Vielen Dank.